Kann man, wenn man geimpft ist, auf die Sicherheitsmaßnahmen verzichten? Nein, nein, das kann man auf keinen Fall. Wir müssen uns weiterhin schützen und wir müssen auch für die ungeimpften Personen schützen. Dieses psychologische Gefühl, ich bin geimpft, mir passiert gar nichts, ich kann alles machen, das kann trügerisch sein. Es könnte sein, dass wir auch eine leichte Infektion bekommen, weil die Impfung, wissen wir, schützt nur gegen schwere Krankheiten. Wir wissen noch nicht, ob sie auch gegen Infektionen schützt.